hallo minecraft zur nächsten folge minecraft projekt folge 29 nein 28 sind wir irgendwo rennt ein skelett herum aber wenn es draußen ist dann lügt mich das nicht und es scheint draußen zu sein ok letzte folge haben wir hier hinten neues häuschen gebaut in der hoffnung dass damit die population der dorfbewohner steigt ich weiß noch nicht ob das funktioniert aber wie gesagt ich hoffe ist weil ich irgendwo mal das gesehen hatte dass es über die anzahl der die anzahl der türen in der umgebung geht so müssen wir einfach ausprobieren und wir gehen jetzt mal kurz moment ich guck mal ich glaube ich glaube die sonne geht bald unter da müssen wir uns ein bisschen beeilen so ein bisschen holz gefarmt hier ich will ja das häuschen da noch schnell fertig bauen zack 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 zu viel hunger hallo gerade bin ich doch auch drauf gekommen ich schaff's nicht mehr also geht doch so weil wir müssen natürlich hier das fertig bauen wobei ich noch gar nicht weiß ob das wirklich funktioniert ja ist ein reiner test das muss noch mal weg uns reicht nämlich die höhe nicht aber ich hatte das schon mal auf einer anderen version gemacht also da ging es deshalb ist ja meine hoffnung dass es funktioniert und wir somit dann demnächst noch ein paar neue villager kriegen so holz haben wir leider schon wieder alles verbaut ich meine sehen ob es funktioniert wird man einfach daran ob wir ob wir hier irgendwann kleine villager rumlaufen sehen oder nicht toll ich es liebe wenn ich mich verklick überhaupt nicht leute das ist was das ist was beim bauen das nervt mich total man musste nämlich alles doppelt machen und darauf habe ich keinen bock darauf habe ich keinen bock alter ja und wenn du dann auch noch runterfällst dann ist das glück perfekt und wenn du dann zu blöd bist einfach ganz normal da hoch zu laufen wenn du es kannst dann gehört es dir nicht anders ey das gibt es nicht das habe ich doch gerade jetzt aber jetzt aber geht vorwärts ja bei den stufen setzen muss man immer aufpassen bla bla also das ist was das mache ich nicht so gern so ja die ein oder anderen fragen sich vielleicht wieso es hier keine weiteren mitspieler gibt minecraft projekt läuft ja immer noch und finde ich auch ganz ganz gut so als abwechslung und ich würde es auch gerne weiter spielen was die neuen spiele angeht das liegt an euch ja ihr könnt natürlich immer noch sagen hey ich habe bock darauf ich mir wird gern mitspielen dann schreibt mir einfach in die kommentare oder an meine e mail die seht ihr im kanal und dann spätzt man einfach drüber ob ihr wann ihr dazu kommt ist ja kein problem so man kann man denn hier haben ein paar leitern und das war es ein paar zäune für die fenster aber mehr haben wir leider nicht aber dann können wir das schon mal abstecken und dann wisst ihr auch schon wie das hier aussehen soll nach oben kommt noch dings dahin gut ich bin immer ein bisschen froh wenn wenn ich so ein teil mal abgeschlossen habe ich bin immer schlafen dann kann ich nämlich rausgehen vielleicht auch noch mal nach den schafen gucken weil der schafstall ist ja auch noch nicht ganz fertig stirb sehr nice so jetzt gucken wir hier mal kurz nach krippern wir haben ja gern die eigenschaft dass sie mich ein bisschen ärgern wollen aber es sieht sieht ganz gut aus dass hier gerade keine rumschwirren dann schauen wir mal die schäfschi kurz so 17 wolle ist ganz ordentlich ähm axt so wir schaffen es fast fertig zu bauen aber ich glaube ganz reicht es nicht oh doch es reicht so 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 die wände stehen endlich nach ich glaube 5 folgen oder so habe ich es endlich gepackt hier das gebäude fertig zu zu bauen mit den wänden so müssen wir uns natürlich noch was fürs dach überlegen da das relativ breit ist wird es ein hohes dach wobei ich mir überleg so ein rundes zu machen so ein bisschen ähm das sähe vielleicht ganz cool aus das superrohr können wir mal nehmen weil ich glaube wir wollten ah deshalb habe ich den diamanten-inventor wir wollten uns mal ein ding da machen ein verzauberungstisch pflanzen erstmal noch ein paar an so sehr schick wir haben ja ein paar offene baustellen zum einen da die ja das das ding da hier das gebäude da drüben ähm und mein häuschen da oben da müssen wir auf jeden fall mal im neto wieder ein bisschen farm das äh ah deshalb wollte ich den verzauberungstisch haben da fällt mir alles wieder ein ich wollte mit dem verzauberungstisch dann nämlich äh verzaubern dass ich effizient sie verzaubern glaube ich ähm was braucht man denn bücher bücher ob sie gern ob sie gern brauchen noch haben wir und diamanten haben auch nicht Kackometer, Alter, ist das nervig. Okay. Tja, dann haben wir jetzt gerade ein kleines Problem. Das wir wie folgt lösen. Ich habe keine Ahnung. Äh, Fleisch, Madara. Ach ja. Und Kohle haben wir auch keine. Das ist ja, das ist ja subi. Warte, wir haben ein bisschen Eisen. Und Holz haben wir auch keins mehr. Oh, 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 oh. Ich nage hier total am Hungertuch. Da ist nix drin, was wir brauchen können. Warum renkt hier? Warum renkt hier? Hallo? Eine Fledermaus. Was macht die denn hier? So, einen Baum müssen wir mal kurz ein bisschen abhacken. Dann gehen wir mal hoch und gucken, was wir da noch für Ressourcen haben. Hier haben wir noch Kohle. Fackeln haben wir noch. Das ist gut. Ich wollte mir nämlich eine Eisenspitze machen. Das war's auch schon an Eisen. Den Diamant lasse ich mal da. Das Holz nehme ich mit. Das Papier lasse ich auch da. Das brauchen wir auch nicht. Und den dann nehmen wir mit. Und dann gehe ich mal nochmal schnell runter. Ein bisschen was fahren. Warte mal, essen wir gut. Haben wir aber nicht viel. Nee, ich glaube, das machen wir in die nächste Folge. Wir equippen uns jetzt noch ein bisschen. Und in der nächsten Folge gehen wir mal ein bisschen rein. Und, ja. Hoffe, dass das nächste Folge dann ein bisschen was bringt. Oh, nein. Toll, jetzt liegt der Holzdinger da oben. So, wir bauen nämlich noch ein bisschen was zu essen und so Zeug. Karotten wollte ich jetzt nicht... Ah, da haben wir ja noch 18 Brote. Karotten wollte ich nämlich jetzt nicht unbedingt essen. Da haben wir auch noch weh. Und dann machen wir da das Feld wieder ganz. Ah, da ist ein Villager rein. Ich hoffe, es funktioniert. Also, die Hühnchen gehen voll ab, grad. Ist ja mega. Da sollten wir uns vielleicht auch bald nochmal ein neues Häuschen bauen. Ein Hühnerstall. Nahrung haben wir da, was wir brauchen. Eigentlich alles da, was wir brauchen. Kohle finden wir unten. Kohle finden wir unten. Und den Rest eigentlich dann auch. Dann gehen wir mal nach unten und dann geht's nächste Folge los. Das freut mich schon. So ein bisschen... Ein bisschen finde ich es cool, dann mal wieder zu fahren. Haben wir ja schon lange nicht mehr gemacht. Und deshalb, ja, was braucht man eigentlich? Diamanten. Diamanten und Kohle. Hier ist Kohle, die nehmen wir uns nächstes Mal mit. Das war's zumindest mal für die heutige Folge. Wie gesagt, nächste Folge. Fahren, bis wir Diamanten finden. Und dann einen Verzauberungstisch machen. Das ist ein Plan. Bis dahin. Ciao, Minecraft. Ciao, Minecraft.